Ich bin der Wunsch-Sammler. Ich bin der Welten-Erschaffer. Flang ist der Zwirn, der die Welten zusammenhält. Öh, ja? Oh. Was? Das ist nicht mehr Remedy, das ist die pure Essenz jedes Wunsches aus dem, das in dieser Welt besteht. Jedes Wunsches? Wenn wir sie besiegen, können wir nach Hause. Oh, hier kann ich sieben Leute aufstellen. Ja, die stinkt gerade nicht. Naja. Wie Grimm. Hat mir so ein bisschen was von Endboss-Kampf, würde ich mal behaupten. So, jetzt tun wir mal dasselbe wie gerade eben. Ja. Dann... Dann... Auch die... Kurthema bei 70% ausweichen. Eigentlich kann ich hier stehen bleiben. Einmal jubeln und dann... Ich bin auch nicht so stark. Ich bin auch nicht so stark. Ach. L��은... Bungie... Ich werde ein bisschen aufhören, die Reiden mit dem Licht ausziehen. Ah, 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 au! Ich hab' die Verbarung, die Steady. Ich weiß nicht, ob es euch egal ist, wo sie nicht stehen. Malta jetzt gar nicht erwischt, weil ich das flächenbezogen spreche. Wenn wir nicht beieinander stehen, kann ich nicht alle damit erwischt, weil es gerade am Anfang ein bisschen blöd ist. Das Vieh haupt Böserei. Ich weiß nicht, ob ich da stehe im Weg stehe. Ich weiß nicht, ob ich da stehe im Weg stehe. Bäh! Ich weiß nicht, ob ich da stehe im Weg stehe im Weg stehe. Wird das heilen schwierig? Ja, ich weiß nicht. Okay, mit Maximilien schon wird es nicht so gut. Wir schauen, dass irgendwie die Verpickung ist. Ja, die zieht das Eck. Ah ne, der sieht einfach so aus. Okay, sie trifft doch überall. Solange Basel überliegt, geht es einigermaßen. Aber das ist schon echt echt. So, jetzt haben wir ihn nicht mehr mit ihm erreicht. Jetzt viel weniger was anderes machen würde, außer Magie. Wenn man eine kleine Vor-Schnauf-Pause hätte, in der ich... ...wenn ich ihn quasi mit einem Magie-Schutz verlegen kann. In einem Panzer. Wird noch die tote Magie haben sie veressen. Mach nur Magie. Komm schon, evade, evade. Ja! 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 Ha! Ich hab nicht immer meine Wüste. Naja, Wüste bin ich nicht. Ich baue jetzt einfach mal drauf. So, das ist quasi eine Art-Agi-Resistenz. Wir sind aber nicht mehr so. Schau dir die Art-Agi-Resistenz. Nein, ich bin Даже bei der Art-Agi-Resistenz. Ich habe den Art-Agi-Resistenz. Okay, das eine Schwer hat noch keinen Schaden bei jetzt. Okay, einfach mal den Tod haben wir gekauft. Okay Leute, das war heute mal ein Fail. Und ich würde sagen, ich steige dann wieder ein, wenn ich wieder an dieser Stelle bin. Also, bis zum nächsten Mal.